Ich sitze hier auf dem CSU-Parteitag neben meiner Kollegin Marianne Hellhuber. Die Marianne wird in Neuried als Bürgermeisterin antreten. Und zwar vor ein paar Tagen bist du erst nominiert worden, Marianne. Noch einen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Heute jetzt hier schon am Parteitag miteinander. Marianne, was möchtest du für Neuried anders machen? Ich möchte vieles anders machen. Das hatte ich ja schon in meiner Antrittsrede gesagt. Mir geht vieles einfach zu langsam. Mir fehlt die Zukunftsperspektive. Aber da ist noch ein langer Weg bis dahin, dass wir das entsprechend vorstellen. Wir sind schon gut in den Zügen. Wahlprogramm ist fast fertig. Und natürlich erst noch ein Dankeschön an dich, Stefan, für die Gratulation. Es war jetzt eben erster Mittwoch, aber es muss sich jetzt alles setzen. Aber ich freue mich schon auf den Wahlkampf. Dass wir ein wenig ungeduldig sind und Sachen schneller voranbringen wollen, das, glaube ich, haben wir gemeinsam. Also, liebe Marianne, packen wir es an? Logisch, machen wir. Gemeinsam sind wir stark. Genau. Kommunalwahl 2020, 15. März. Bleibt es uns. Sowieso.